was geht ab meine freunde wir testen heute das metalhead raketensortiment von nico gibt jedes selber beim norma für 10 euro und ja wir haben hier sp700 710 das ganze nochmal 410 und bs 420 wir testen alle raketen viel spaß so los geht's freunde erst mal bs 410 rakete kann ich nur zurückgeben einfach nur geile rakete 420 so 410 nochmal sehr geil leider kommen die effekte nicht so gut weil es etwas neblig ist aber es ist bei uns schon seit jahren irgendwie so hier nochmal 420 glaube ich die ist mega fett ey so jetzt kommen wir zu den dicken fetten raketen sp700 hammer geile scheiße jungs hammergeil ich will gleich die nächste finden sp700 10 übelst fett übelst fett sp710 nochmal klare kaufe empfehlung jetzt schon hammer geile raketen jungs kauft euch die wir sehen uns im nächsten video haut rein und ciao wie wow keine Vielen Dank.